Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns hier auf der Burg. Wenn es euch gefällt, lasst jetzt schon mal ein Like da und dann viel Spaß. Wo hast du das Papier hingelegt? Wo hast du das Papier hingelegt? Hä? Wo ist denn das hin? Ich hab das nicht... Ich hab das restliche Papier damit reingelegt. Ja, ja, du musst es ja verdachtfrei aufklären. Diebstahl. Genau, ja. Ich wurde vor uns getötet, da hättest du Papier gesehen in meinem Inventar. Ja, war ja auch Papier. Nein, war es nicht. Doch, da ist ja ganz viel Papier rausgefallen. Nein. Oh mein Gott, das ist voll die geile Melodie. Ich hab einen Shit. So hab ich einen Shit auch nicht. Achso, hi. Äh, was wollte ich jetzt machen? Mein Backpack. Oh Gott, das ist blitzig eingeschlagen hier. Ja, hier sind gerade zwei Plätschen im Namen. Ja, ich hab's gemerkt, aber nicht gesehen. Oh, ich. Ja. Hä? Wie? Was? Warum keiner Bogen... Tinti... Nein, ich sag mal euch. Welcher Bogen? Welchen Bogen? Der Bogen, was Tinti schießt. Ja, das ist vom Troll-Killen-Kit. Warum sagt ich mir keiner? Oh, wir haben schon ein heißes Loch neben uns. Wieso hast du den Bogen von meinem Kissen? Oh, lol. Headshot. Oh, nochmal. Ich weiß nicht, was von wo. Ich weiß nicht, was von wo. Oh, Kiste, wo? So hier einfach in der Waffenkiste. In der Waffenkiste war der? Echt? Ja, da war ich einfach in der Wind. Ja, warum nicht, ne? Ach mal, hat er so einen coolen Bogen. Da brauchen wir gar keine Kanonen mehr, keine Tinti-Kanonen. Ja, aber mit denen kann man noch einmal schießen. Ja, aber es geht uns keinmal oder so. Egal. Notfallwaffe. Junge, ich verbrenne gleich hier wegen dir. Da muss er in Wasser rennen. Junge. 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 Junge, jetzt hab ich ein Hässt. Er hat meine Pfeile. Hat eigentlich Bomber eigentlich auch was schon mal was gesagt, drückgeschrieben? Hä? Bomber. Hat er was geschrieben? Ach, Bomber, genau. Oh, ich hab's geschrieben. Oh, schlecht. M-S-E-Bomber. Bomber. Bomberpresher. Bombenpresher, wie so. Habt ihr Pfeile für mich? Ja. Immer in der Enerchest. Ach, wow. Junge, jetzt werd ich auch noch vom hessischen Zombie-Alter Kiosk. Ich will halt auch mal Spaß. Hallo, die liebt dich alle. Ja, es ist deine Fans, deine TikToks und Insta-Fans. Alles, was ich grad zu essen hab, ist, wie gehören. Soll ich nicht schreiben? Ja, wieso? Ich will schreiben, du könntest bei uns mitmachen. Kann ich nicht schreiben oder halt, wenn er ein paar Fragen beantwortet. Kann ich jetzt schreiben jetzt oder soll ich schreiben? Nichts. Oh Gott, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz. Ich würd's nicht hin. Ich schreib's einfach mal. Alter, die da drei Skelette da hinten sind. Ja, für ne Party. Vierer, fünfer, was? Okay, ich weiß englisch. Ich weiß, das ist deine Party hier. Rückwärts. Ich weiß, deutsch rückwärts so rum. Nein, 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 nein. Junge, ich hab ein Halbherzen, ey, zu hätt. Da ist schon das Typ, ist ein Skelett. Hier, Mann, vier Skelette. Fünf, vier, fünf Skelette. Junge. Ah, die sind zu tritt, die sind zu tritt. Oh Gott, äh. Junge, kann auf die... Oh, nix gefordert. Nehm jetzt ein scheiß Wasser einmal mit. Ich brauch mal Wasser. Wo hast du denn Laber eigentlich, wie wir ihn getan? Weiß ich gar nicht. Hä, ich hab kein Wasser bekommen jetzt halt, ne. Ich hab hier auch ne unendliche Wasser weggemacht und da ist ein Teil. Und wir haben ein ganzes Meer, Junge. Ja, aber jetzt hab ich das Wasser jetzt schon bekommen. Ja, das sind die sind zu tritt. Ohlese und Niko Ruhe. Wann mal Ohlese, ich hab' ich sehen gar nicht. Noch zwei weitere, oder wie? Ja, dreißen sind es gelandet. Ohlese, der hat auch keinen Rang. Und äh... Niko... ...hat auch keinen Rang. Oh, ne. Kein Bock auf einen weiteren, der mit Nick irgendwas heißt, Junge. Ich hab' jetzt erwartet, dass Nick es nicht angesprochen fühlt, weil er einen Nick in seinem Namen hat. Einmal nicht, ne? Was ist das denn, was ich nicht angesprochen fühlen, Alter? Ich bin ja der Nikolaus. Junge, wie heißt dein DC? Discord. Ich hab' kein Discord. Ihr reden... Ach, Junge, dieser Typ, der... Du hast Discord. Ja, aber wir reden nur TS. TS. Weißt du, was TS ist? Teamspeak. Samm bei Teamspeak. Du wolltest mir einer von euch nicht Pfeile geben? Ja, gleich. Das ist Pfeile. Dankeschön. Dankeschön. Das ist mein Teamspeak. Das ist mein Teamspeak. Das ist geschehen jetzt. Hä, du hast auch bestimmt... Einer von euch hat doch gerade Weizen abgebaut. Kann sein. Die benutzen keinen TS. Okay, da schreib ich dann nicht. Okay, dann nicht. Ich benutze schon keinen TS benutzen. Vor allem diese Spinne da oben. Ich benutze... Du kommst runter. Du scheiß Spinne. Ich benutze TS, ich benutze Discord. Ich benutze... Na gut, schreib, benutze ich nicht mehr aktiv. Schade. Der hat schade geschrieben. Ja, ich will's ja. Ich will's ja mit dem alles. Genau, die hat mir nichts getan. Oh, wie schlägt denn der Typ nicht immer? Soll ich scheiß Schafe jetzt wegschwemmen? Nein, ich will's ja wieder einfach. Mann, ich will doch bloß... Kühe weiter vermehren. Ja, mach mit, dann kannst du so vermehren. Ich kann da mitmachen. Hätt jemand da mit gerne. Nein, Leute, scheiße. Ich erzähle so viel scheiße heute. Hallo, Herr Leber. Ich hab dich schnell mal angeguckt. Der ist doch ganz da hinten. Er will keinen Bayer vermehren. Hallo, Küs. Loser. F. Hallo, ich kann dir die Kühe nichts geben. Was? Juniorbilder. Ja, ich hab's auch gerade fortgeplant. Ey, schau, schau, ich schreib, ich schreib, ich schreib, ich schreib, ich frag den Bilder. Ist das die einzige Bilder? Ja, ich muss jetzt mal schreib, schreib. Darf der Kühe? Ja. Nein, ich darf, ich darf nicht. Ich darf überhaupt nicht prüfen. Und außerdem hab ich die Kühe gerade fortgepflanzt. Egal. Finna. Deswegen hat sie zu ihm auch das Weizen. Was? Wenn du fortgepflanzt hast, hattest du auch das Weizen. Am I right? No. Nice. Wieso sammeln wir eigentlich schon wieder Rotlash in der Essensküste? Genau, weil ich, warte mal. Ich bin dumm, wie ich bewerten geschrieben wird. Bewerten. Ich hoffe, ich hab's durchgeschrieben. War das mit D geschrieben oder mit T? Ich hab's mit D geschrieben. Kannst du euch jetzt ihn fragen? Oh, nicht. Mach's doch einfach. Hi, kannst du bitte, kannst, hi, hi, kannst du mal bitte unsere Burg bewerten? Fragezeichen. Nein, kann ich nicht. Ich kann die jetzt füttern. Junge, weil die gerade schon gefüttert wurden. Nein, ich kühle dich raus. Herr Enderman, wo bist du hin? Hallo? Junge, ich will nicht irgendwelche Formen zusammen mixen. Ups. Ha? Was hat er gemacht? Junge, ich hab einfach welche Formen zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ich hab einfach mal reingespamt. Junge, liest das nicht mal. Er liest das. Spam es fau mal hintereinander. Nein, ich spam es ganz scheiße. Fünfmal hintereinander. Schau doch mal das Gehege an. Das ist fast... Vor allem bei den Beißen geht nichts ab und hier ist ein Geträngel. Ja, weil hier übert die Massenhaltung ist. Können wir hier Kampf, Alter, mit Handkampf. Ich hab alles eingesammelt, locker. Nee, doch nicht. Komm, ich kämpfe mit der Hand jetzt, ja, komm. Scheiß, ist mir reingefallen. Mal, Schafe geht vom Eingang weg. Nein, ich hab aufgemacht. Nein, das ist Schafe. Nein, 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 okay, das ist nur, das ist nur Baby, ich schaffe alles. Das ist ja nicht so schlimm. Ey, die gehen alleine von ihrer Mutter zurück. Hallo, ich weiß schon, hier ist Wolle, Tim, hier liegt Wolle. Ich kann es auch nicht aufsammeln, warum, warum, warum. Wo? Hier, bei den Kühen, oder? Komm, halt die Kampf. Das ist, als hab ich jetzt in die Kiste reingefallen. Ich schaff das, zwischenwitzst du und den Zaun gehst. Na gut, na gut, na. Oh, ich bin so groß geworden. Oh. Nein, pass auf, pass auf. Ja, hier. Ich hab ne Frage, ich rede mit euch. Ah, es ist auch ein offizieller Bild, soll ich ein anderes Bild auch mal nachschreiben? Mach ein. Ach Gott, Junge, ich komm mir so dumm vor. Wie heißt denn der nochmal? Ähh, N, 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 N für, wie, so, G awarde. Ach, fangen weg, mein kleines Schäbchen. Komm, es tut mir jetzt. Schiff, mein kleines Geschöpf. Schiff, frei. Schiff, frei. komm ich jetzt mal so dumm vor, wenn ich den schreibe. Nimm doch Weizen. Ich hab keinen Weizen, ne? Doch. Den Level brauchen wir. Aber mal, ich will, ich will mal... Aber dann lock ich die anderen scharf auch zu mir. Ein was? Wollen wir hier mal kämpfen? Nein. Wir können auf irgendeinen anderen Server kämpfen. Nein, hier macht doch auch Spaß. Mach, ich mach jetzt das drauf. Komm. Ich schaffe, ich schaffe. Hallo, nein, 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 nein. Nein, wo ist hin? Nein. Komm, 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 komm. Ich quetsch dich in die Ecke. Nein. Gehs doch. Ich hab keinen Bock auf dich. Warum will es keiner bewerten? Die Antwort noch nicht. Junge, sind die irgendwie... Sozial sind die auch nicht, Alter. Mal irgendwie... Nein, sind die auch nicht. Hallo? Was? Der macht mehr auf dich. Hallo? Auf einmal uninteressant, oder was? Der hat einen Triff muss halt. Okay. Und zwei hellblaue. Ich hab keine Pfeile mehr. Das ist kein Problem. Ich hab brennend. Ich hab brennend. Ich hab fast nicht angetönt, Alter. Ich hab... Mörder, ey. Ich bin kein Mörder. Ja. Ja. Ich hab auch vorher schön gemacht. Au. Du hast schon Fisch geschlagen. Oh. Hast du denn Wasser platziert? Nein, nochmal. Ich will doch nur essen. Was sind die? Nein, hier ist mein Wasser. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Hey, mein Wasser ist weg. Mein Wasser ist weg. Der Triff hat mein Wasser geklaut. Echt jetzt? Echt jetzt? Ja. Ich hab Wasser wieder. Ich hab mein Wasser geklaut. Nein, ich hab Bock auf dich. Nein, ich hab Bock auf dich. Ich kann es wagen. Was kannst du denn wagen? Ich kann viel wagen. Wir sind eben voll unproduktiv. Aber es macht nichts. Weil wir haben Spaß. Das ist eine Dokumentation. Wir machen was wir wollen. Ja. Zum Beispiel eigentlich auch. Man darf. Man kann alles. Und man darf nicht alles. Ja. So was. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab es eben angezündet. Ja. Pust es aus, Sim. Pust es aus. Oh ne. Ich will es eigentlich nicht anziehen. Oh ja. Oh. Dreh dich. Fließband. Ja, Fließband, Junge. Im Wagen. Fließband bauen. Beim Ge- ist es nur so ein bisschen Wasser. Ey, krass, will ich Fließband. Oh. Fließband. Action. Das ist eigentlich voll schlau, oder? Keine Ahnung. Ich späb, späb. 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 Ey, ich bin ja wieder Tage gegangen. Späb. Späbber. Späbber. Ah, Content lernt also auch den Chats gut zu wissen. Wie ist es nicht so viele Leute am Spawn? Ja, krass. Warum ist es am Spawn? Um zu gucken. Um was zu gucken. Um was zu gucken. Um was ab zu ab geht, ob Leute da sind. Und es sind offensichtlich Leute da. Ich würde sagen, war es hier wieder an dieser Stelle mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Schaut bei anderen vorbei unten in der Beschreibung. Und wenn ihr die restlichen Videos nicht gesehen habt, müsst ihr jetzt hier vorne auf dem Bildschirm die Playlist Projekt Burg auftauchen. Und dann tschüss bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.